Volticast, der offizielle Podcast von der Voltigier-Zirkel. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen beim Volticast, dem offiziellen Podcast von der Voltigier-Zirkel. Mein Name ist Resi und heute gibt es eine ganz spezielle Folge für euch. Wie ihr vielleicht wisst, sollte diese Folge heute nämlich eigentlich wieder eine unserer berühmt-berüchtigten Mitmach-Episoden werden. Anlass war und ist der 30. Geburtstag des Voltigier-Zirkels, den wir in diesem Jahr feiern. Allerdings hat es dieses Mal mit dem Mitmachen leider nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben und es haben uns leider keine Sprachnachrichten erreicht, in denen ihr uns erzählt, was ihr mit dem Voltigier-Zirkel verbindet, was euch besonders gefällt und welche Wünsche ihr dem Voltigier-Zirkel mit auf den Weg geben wollt. Aber wir wären ja nicht der Voltigier-Zirkel, wenn wir euch nicht trotzdem heute ein Angebot machen würden. Deshalb nutze ich die heutige Folge, um mal wieder ein bisschen was über uns und unsere Arbeit zu erzählen. Denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, fand am 22. Mai 2021, also vor gut einer Woche, wenn ich diesen Podcast hier aufnehme, die Premiere unserer Online-Burg statt. Und da gibt es natürlich einiges zu berichten. Grundsätzlich habe ich jetzt für diese Folge auch noch ein paar andere Sachen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und damit ihr da einfach einen besseren Überblick habt, was euch in dieser Folge erwartet, hier nun eine kleine Vorschau. Wir werden also einsteigen mit dem Thema Voltigier-Zirkel-Jubiläum, 30 Jahre Voltigier-Zirkel. Dann habe ich den versprochenen Rückblick auf die Online-Burg-Premiere vom 22. Mai für euch mitgebracht. Genauso wie auch einen Ausblick auf die beiden Folgeveranstaltungen, die wir im Rahmen unserer Online-Burg-Veranstaltungsreihe durchführen werden. Und dann gegen Ende der Folge werde ich tatsächlich meine Babypause ankündigen, euch gleichzeitig einen Ausblick darauf geben, inwiefern ich jetzt dieses Jahr zumindest für den Voltigier-Zirkel noch weiter aktiv sein werde. Und dann verabschiede ich euch tatsächlich in den Sommer und die damit verbundene Podcast-Pause. Von daher würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Eine Info vorab noch für euch, da das ja heute hier mal wieder seit langem eine Solo-Folge wird. Und ich ein bisschen zu tun haben werde, hin und her zu scrollen, Dateien zu öffnen, euch Sachen vorzulesen. Wundert euch bitte nicht, es wird immer mal so ein paar Maus-Klicker und Scroll-Geräusche geben. Aber das sollte nicht weiter stören. Dementsprechend steigen wir doch auch mal direkt ein mit dem Thema Voltigier-Zirkel-Jubiläum, 30 Jahre Voltigier-Zirkel feiern wir ja dieses Jahr. Und da das, wie bereits erwähnt, mit der Mitmach-Episode dieses Mal leider nicht so geklappt hat, was aber überhaupt nicht schlimm ist, das kommt mal vor, ist gar kein Problem, wir sind euch da überhaupt nicht böse, haben wir im Rahmen unserer Online-Borg eine kleine Umfrage gestartet, wo wir von unseren Teilnehmenden wissen wollten, was sie mit dem Voltigier-Zirkel verbinden und welche Wünsche sie dem Voltigier-Zirkel mit auf den Weg geben wollen. Und da möchte ich euch jetzt gerne mal so ein paar Stichworte, die in dieser Umfrage genannt wurden, hier zum Besten geben. Da sind nämlich beispielsweise unsere Zeitschrift, also der aktuelle Voltigier-Zirkel, mehrfach genannt worden bei der Frage, was wir mit dem Voltigier-Zirkel verbinden. Genauso aber auch das Thema Information, Voltigieren generell, natürlich. Förderung war ein ganz großes Schlagwort, was in dieser Umfrage genannt wurde, genauso auch Gemeinschaft. Und dann gab es noch so ein paar vereinzelte Nennungen, zum Beispiel Bilder von Sportlern, Herzlichkeit, Menschen und Meinungen zusammenbringen wurde genannt, neue Impulse, absolut spitzenmäßige Information hat ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin in die Umfrage reingeschrieben. Die erste Voltigier-Gemeinschaft mit Zeitung, Fachwissen, der Kontakt zu anderen, die Liebe zum Sport, das Voltigieren im Fokus, auch natürlich unsere Burgveranstaltung, also die Voltigier-Tagung, die wir ja normalerweise immer organisieren, wenn eben nicht gerade Corona-Pandemie ist und wir das irgendwie ins Online-Leben sozusagen übertragen müssen, was wir aber natürlich gerne tun und was auch gut funktioniert hat, wie ihr nachher gleich erfahren werdet. Weiter aber erstmal hier noch mit den Stichworten, die in der Umfrage genannt wurden, was mit dem Voltigier-Zirkel so verbunden wird. Da wurde hier nämlich noch genannt, eine große Gemeinschaft, fachlicher Input, der Verein ist unersetzlich, wurde auch genannt, schon viele Jahre aktiv, Gemeinschaft, Zusammenhalt, Austausch, Voltifamilie. Auch unser erster Vorsitzender Felix Bender wurde hier mit einem extra Stichwort bedacht, wenn es darum ging, was man mit dem Voltigier-Zirkel verbindet. Das ist ja glaube ich auch nachvollziehbar, wenn man das Amt jetzt schon seit so vielen Jahren bekleidet. Genau, hier ist noch ein Punkt, den finde ich auch ganz, ganz nett, begleitet mich schon fast mein ganzes Leben. Die Zeitschrift zum Lieblingssport wird hier als Voltigier-Zirkel mit assoziiert. Freundschaft und Kooperation, unsere Tagung, Familie, viele tolle Erfahrungen, super Gemeinschaft und tolle Bilder und Plattformen. Also wirklich eine ganz, ganz tolle, ganz überschwängliche Übersicht, ganz, ganz vollgepackte Übersicht mit Schlagworten. Wenn ihr da Lust habt, selber nochmal nachzulesen, schaut gerne mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da habe ich diese beiden Screenshots von der Umfrage auch geteilt. Da könnt ihr also nochmal im Detail nachlesen. Und wie bereits erwähnt, haben wir ja nicht nur die Umfrage gemacht zu der Frage, was verbindet ihr mit dem Voltigier-Zirkel, sondern auch noch eine zweite Frage mit der Frage danach, welche Wünsche ihr dem Voltigier-Zirkel mit auf den Weg geben wollt. Und da wurde auch viel genannt und viel gesagt. Unter anderem ganz, ganz häufig weiter so, macht weiter so. Man wünscht uns viele neue Mitglieder. Da würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen, dass wir so bleiben, wie wir sind als Voltigier-Zirkel, als Verein, wurde auch genannt. Auf weitere 30 tolle Jahre neue Voltigier-Formate wurden auch als Wunsch für die Zukunft mit in dieser Umfrage genannt. Dass keinem der Spaß vergeht, weiter so viel Engagement und Spaß, weiterhin gute Ideen, dass man die Mitglieder weiter in Schwung bringt, dass man weiterhin die Förderung unseres Sports betreibt und auch den Austausch untereinander anregt, dass noch ganz lange so aktiv und fröhlich weitergearbeitet wird. Die Kontakte und das Netzwerk soll auf jeden Fall noch weiter ausgebaut werden, dass uns die Kreativität erhalten bleibt und dass es eben immer wieder neue Themen gibt, viele neue Ideen für die Zukunft und dass wir einfach weiter so machen können, wie bisher und uns dabei eben auch noch ein bisschen vergrößern können. Das sind so die grundlegenden Aspekte gewesen aus der Umfrage zu unserem Voltigier-Zirkel-Jubiläum. Und dann würde ich sagen, können wir dieses erste Thema soweit auch schon mal abhaken. Ihr könnt gerne für euch jeder nochmal überlegen, wenn ihr jetzt schon länger Mitglied im Voltigier-Zirkel seid, wie das bei euch so ist, was ihr mit dem Voltigier-Zirkel verbindet und was ihr dem Verein an Wünschen für die Zukunft mit auf den Weg geben würdet. Ihr dürft das gerne auch mit uns teilen, beispielsweise in unserem Diskussionsforum auf Facebook oder per Direktnachricht auf Instagram oder meinetwegen auch per Mail. Wir freuen uns da immer über Rückmeldungen, die wir da entsprechend lesen dürfen. Okay, dann gehen wir weiter zum Themenschwerpunkt dieser Folge Nummer zwei, nämlich dem Rückblick auf unsere Online-Burg-Premiere vom 22. Mai diesen Jahres 2021. Ich habe ja schon gesagt, normalerweise findet unsere Voltigiertagung aller zwei Jahre statt auf der Burg Altleiningen. Und im kommenden Jahr, also 2022, war eigentlich die nächste Ausgabe dieser Online-Burg geplant. Und wir haben aber tatsächlich jetzt zu Beginn dieses Jahres beschlossen, dass wir diese Tagung nochmal um ein Jahr nach hinten verschieben werden, weil es bei uns tatsächlich so läuft, dass wir mindestens ein Jahr vor dem Termin, an dem die Tagung stattfindet, in die Planung gehen, in die Vorbereitung gehen. Und da die Situation einfach zu Beginn des Jahres noch so unübersichtlich war und so schwer einzuschätzen, haben wir halt gesagt, bevor wir jetzt einen riesengroßen organisatorischen Aufwand betreiben und dann am Ende vielleicht die Veranstaltung nächstes Jahr, will niemand hoffen, aber es kann auch niemand in die Kristallkugel gucken, dann doch absagen müssen, haben wir beschlossen, nee, wir versuchen uns stattdessen mal an einem alternativen Format. Und so ist die Online-Burg entstanden. Und diese Online-Burg ist eine Veranstaltungsreihe von uns als Voltigier-Zirkel, die jetzt eben mit drei Veranstaltungen durchgeführt wird. Premiere war, wie gesagt, am 22. Mai 2021. Es gibt dann nochmal eine Wiederholung im Herbst und im nächsten Winter. Die konkreten Termine nenne ich euch dann gleich nochmal genauer und die findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes zum Nachlesen. Ich würde euch jetzt aber einfach mal so ein bisschen den Überblick darüber geben, wie die Premiere abgelaufen ist, was so inhaltliche Themen und Schwerpunkte waren und was euch eben gegebenenfalls auch in den Folgeveranstaltungen im Herbst und Winter dann erwartet. Wir haben das Ganze über Zoom durchgeführt, über die Online-Plattform Zoom. Ich denke, damit können die allermeisten von euch inzwischen gut was anfangen. Es sind ja auch diverse Online-Trainings über diese Plattform realisiert worden und das ist einfach tatsächlich auch ein Programm, was technisch gesehen wirklich gut mitspielt, gut geeignet ist für solche größeren Online-Veranstaltungen und was uns auch tatsächlich bei unserer Premiere sehr gute Dienste geleistet hat. Wir sind zur Online-Burg-Premiere mit einem kleinen Sektempfang gestartet, weil wir es können und weil wir ja ein bisschen Grund zum Feiern hatten. Zum einen das 30-jährige Jubiläum unserer Interessen- und Fördergemeinschaft und zum anderen natürlich auch die Premiere dieses Online-Veranstaltungsformates. Da gab es zunächst mal eine Begrüßung durch unseren ersten Vorsitzenden Felix Bender und ein Grußwort von unserem Kooperationspartner der Stiftung Deutscher Voltigiersport, vertreten durch Leo Laschet. Und außerdem hatten wir bei Marc Schürmann, vielen Dank an dich übrigens lieber Marc an der Stelle, falls du das hörst, einen kleinen Trailer produzieren lassen mit Rückblicken, Einblicken in unsere normale Online-Burg, sag ich schon. Ja, es wird irgendwie langsam normal, aber ich meinte eigentlich unsere normale Burgveranstaltung, die wir ja glücklicherweise 2020 im Februar, bevor tatsächlich die große Pandemiewelle dann auch nach Deutschland geschwappt kam, noch durchführen konnten. Und da liefen Kameras mit, da haben sowohl der liebe Marc als auch ich selber mit der Kamera so ein bisschen dokumentiert, was dort alles so passiert. Und Marc hatte jetzt eben anlässlich zur Premiere unserer Online-Burgveranstaltung einen kleinen Trailer zusammengeschnitten, den wir im Rahmen der Premieren-Online-Veranstaltung dann gezeigt haben. Das sorgte natürlich für ganz viel Nostalgie, ganz viel, ja, Melancholie vielleicht auch ein bisschen, aber eben auch ganz, ganz viel Motivation auf die Veranstaltungen, die da mit Sicherheit wieder kommen werden und die dann auch wieder in Präsenz auf der Burg Altleiningen stattfinden werden. Und das hat einfach total Bock gemacht, da sich die Bilder nochmal anzugucken und so ein bisschen das Burgfeeling, das Burggefühl nochmal zu spüren. Und weil das eben so schön war, haben wir uns hinterher einen kleinen Sekt gegönnt. Natürlich alkoholfrei, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben da im Vorfeld zu dieser Online-Burg-Premiere ein Paket von uns zugesendet bekommen mit einer kleinen Flasche alkoholfreiem Sekt und einem speziell extra angefertigten Sektglas mit Voltigierzirkel-Logo, wobei man da aber sagen muss, dass diese Sektgläser es leider nicht alle heil zu ihren Empfängerinnen und Empfängern geschafft haben. Solltet ihr da zufällig noch betroffen sein und euch noch nicht bei uns gemeldet haben, schreibt uns gerne eine E-Mail. Wir senden euch im Zweifelsfall auch gerne nochmal ein zweites Sektglas zu, in der Hoffnung, dass das dann unbeschadet bei euch ankommt. Aber es ging tatsächlich verhältnismäßig vielen Teilnehmenden so, dass da leider im ersten Anlauf, frei nach dem Motto Scherben bringen Glück, das Paket leider nicht ganz heil angekommen war. Also unter anderem auch direkt bei mir persönlich oder auch bei unserer Beisitzerin aus dem Vorstand, der lieben Claudia Weller, die auch in diesem Fall das Tagungsbüro zu der Veranstaltung geleitet hat. Oder auch Marc Schürmann hat auch das Glas leider nicht heil bekommen. Aber in vielen Fällen haben wir das Glas dann nochmal ein zweites Mal nachgesendet. Und da ist es dann heil geblieben. Und da gab es dann im Vorfeld schon viele glückliche Menschen, die das dann eben bei diesem Sektempfang einweihen konnten. Und alle, die da jetzt vielleicht noch kein zweites Glas nachgesendet bekommen haben und bislang nur auf ihren Scherben sitzen geblieben sind, dürfen sich, wie gesagt, gerne bei uns melden. Wir schicken euch auch nochmal ein Glas nach. Genau. Aber wir haben natürlich nicht den ganzen Tag Sekt getrunken. Das soll jetzt hier auch gar nicht so den Eindruck erwecken. Sondern vorher, bevor wir den Sekt getrunken haben, waren wir auch ein bisschen körperlich aktiv. Ich habe da so eine kleine interaktive Aktion zu Beginn der Veranstaltung geplant gehabt, wo es ein paar wilde Workshop-Spiele gab zum Erwärmen, zum Warm-up. Da haben wir so ein paar Fragen gehabt, die dann beantwortet werden sollten, indem eben die Kamera verdeckt oder aufgedeckt wurde. Und es gab auch ein kleines Online-Workout mit verschiedenen Fitnessübungen vor der Webcam für alle, die Lust hatten, sich daran zu beteiligen. Und ja, nachdem wir da dann so ein bisschen ins Schwitzen geraten sind, haben wir uns dann eben den schönen Trailer zur Burg angeschaut und hinterher mit einem kleinen Sekt angestoßen. Und dann ging es auch schon direkt los mit unserem ersten Workshop. Der wurde gestaltet von Kerstin Bock und war ursprünglich für das Thema Pferdeausgleichstraining in Zeiten von Corona, wie kann ich die Lockdown-Phase sinnvoll nutzen, angelegt. Allerdings hat uns dann zu der Veranstaltung die aktuelle Situation eingeholt, was ja aber eigentlich auch eine ganz positive Sache ist. Denn Ende Mai, 22. Mai, wie gesagt, war die Premierenveranstaltung, gab es tatsächlich in vielen Teilen von Deutschland schon wieder Lockerungen in der Form, dass man eigentlich nicht mehr von einer Lockdown-Phase sprechen konnte. Und dementsprechend war auch dieses Workshop-Thema so ein bisschen überholt. Aber glücklicherweise ist Kerstin Bock da ja so eine erfahrene Pferdeexpertin, dass sie da relativ kurzfristig gesagt hat, gut, ich passe mein Workshop-Thema nochmal ein bisschen auf die aktuelle Situation an und gebe einfach ein paar generelle Tipps, Anregungen und Impulse zum Thema, wie steige ich denn jetzt nach der Lockdown-Phase wieder sinnvoll und solide in mein Pferdetraining ein? Wie kann ich das gestalten? Wie kann ich das aufbauen? Und ich denke, dass dieser Workshop wirklich für alle Teilnehmenden sehr gewinnbringend war. Es gab dann auch die Möglichkeit, noch im Nachgang Fragen zu stellen, eigene Problemlagen zu besprechen, sofern das eben auf die Entfernung und ohne konkrete Ansicht der jeweiligen Pferde möglich war. Aber Kerstin Bock hat sich da wirklich sehr, sehr gut durchmanövriert und hat das gut gestaltet und ist da wirklich auch eine sichere Bank als Referentin, auf die wir als Voltigier-Zirkel da natürlich auch immer wieder gerne zurückkommen. Der zweite Workshop an diesem Veranstaltungstag wurde gestaltet von Maike Kuhlmann und zwar zum Thema Online-Training mit Kindern und Jugendlichen sinnvoll, effizient und motivierend gestalten. Denn ihr alle wisst ja, das Thema hat uns jetzt über viele Wochen und Monate begleitet und trotz einiger Lockerungen in vielen Teilen von Deutschland haben wir ja trotzdem immer noch das Problem, dass noch nicht überall flächendeckend wieder normal trainiert werden kann und dass dementsprechend Online-Training eben für viele tatsächlich immer noch ein Thema ist und es da einfach gut ist, wenn man da noch mal ein paar Anregungen und Impulse mitnehmen kann. Das war auch unser Gedanke für diesen zweiten Workshop. Und sowohl unsere Teilnehmenden als auch wir selber als Organisatoren der Veranstaltung hatten auch wirklich das Gefühl, dass der Workshop allen noch mal einige Ideen und Anregungen mitgeben konnte, hier und da noch mal ein paar Augen geöffnet hat vielleicht auch und dementsprechend wirklich auch sinnvoll war. Und von daher an dieser Stelle auch noch mal ein großes Dankeschön an unsere zweite Referentin an diesem Tag, die liebe Maike Kuhlmann. Nach den beiden Workshops am Vormittag gab es dann eine umfassende Mittagspause. Die haben wir tatsächlich absichtlich auch mit 90 Minuten ziemlich lang geplant, damit man einfach wirklich die Möglichkeit hat, an so einem langen Tag, den man vor so einem Computerbildschirm verbringt, auch mal die Möglichkeit hat, sich wirklich was Gescheites zum Essen vorzubereiten oder vielleicht auch das Ganze noch mal mit einem Mittagsspaziergang zu verbinden oder vielleicht auch einem kleinen Nickerschen, je nachdem, wonach einem da eben gerade der Sinn gestanden hat. Und dann ging es am Nachmittag weiter mit einem kleinen Experiment. Und zwar haben wir uns als Voltigier-Circle erstmalig an dem sogenannten Barcamp-Format versucht und haben da eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gesammelt. Was ist ein Barcamp? Fragen sich vielleicht jetzt einige von euch Podcast-Zuhörerinnen und Podcast-Zuhörern. Und ich habe mir überlegt, einfach auch schon so ein bisschen in Vorbereitung auf die Folgeveranstaltungen unserer Online-Burg, wo wir das Format gerne auch wieder mit einfließen lassen möchten, gebe ich euch an der Stelle jetzt einfach mal eine kleine Einführung ins Thema Barcampen. Was hat es damit eigentlich auf sich? Und wie muss ich mir das Ganze vorstellen? Denn ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich zum ersten Mal an einem Barcamp teilnehmen wollte und auch noch völlig ahnungslos war, wie das Ganze läuft und worum es eigentlich geht, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, das war bei mir noch zu Studienzeiten, das ist da vielleicht noch ein bisschen, spielt vielleicht bei der Vorstellung eine Rolle. Aber ich hatte da irgendwie so ein Bild vor Augen, dass man sich irgendwie auf eine Wiese setzt, dort seine Zelte aufschlägt und sich da dann mit irgendwelchen Getränken wahlweise mit oder ohne Alkohol auf die Wiese niederlässt und über Themen sinniert und das deshalb eben ein Barcamp ist. Stimmt nicht ganz, kleiner Spoiler vorab, das stimmt so nicht ganz. Und womit es da jetzt aber generell, was es damit jetzt generell auf sich hat, das möchte ich euch jetzt eben im folgenden Mal ein bisschen erklären. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ein Barcamp das Ziel hat, Erfahrungen auszutauschen, also den Erfahrungsaustausch zu fördern. Und Themenfelder zu explorieren. Also bei einem Barcamp geht es nicht unbedingt darum, dass man zu einem bestimmten Thema vorgefertigte Antworten und festgelegte Inhalte bekommt, sondern dass man sich gemeinsam einem Themenfeld annähert und schaut, welche Punkte in diesem Themenfeld könnten interessant sein, um sich da mal weiterführende Gedanken drüber zu machen. Und außerdem funktioniert bei einem Barcamp tatsächlich auch immer ganz gut, dass man dort Gleichgesinnte trifft und sich eben da auch entsprechend austauschen und vernetzen kann. Ein Barcamp ist im Prinzip, ja ich würde nicht sagen, das genaue Gegenteil von einer Konferenz oder Tagung, aber es gibt schon ein paar grundlegende Unterschiede, die einfach wichtig sind, wenn man zum ersten Mal an so einer Veranstaltung teilnimmt, dass man die versteht. Da gibt es zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal die verschiedenen Rollen anschaut, ist es so, dass es bei einer Konferenz oder bei einer Tagung eben immer Teilnehmende auf der einen Seite gibt und Referenten auf der anderen Seite. Das ist das, was wir am Vormittag von unserer Online-Work auch so gehandhabt haben. Wir hatten unsere beiden Referentinnen, die haben ihre Inputs reingegeben und alle anderen haben neugierig gelauscht und entsprechend Fragen gestellt im Nachgang. Bei einem Barcamp ist das Ganze ein bisschen anders. Da sind nämlich tatsächlich alle Menschen, die bei dem Barcamp teilnehmen, auch gleichzeitig Teilgebende. Was das bedeutet, was Teilgebende bedeutet, komme ich nachher nochmal darauf zu sprechen. Vorher würde ich mir erst mal einen weiteren Aspekt mit euch gemeinsam anschauen, der eine Tagung von einem Barcamp unterscheidet. Und zwar bezieht sich das auf die Planung. Bei einer Tagung wird nämlich das Programm immer vorab von einem Programmteam erstellt. Das heißt, genauso wie wir das beim Voltigier Circle auch machen, wir setzen uns innerhalb des Vorstandes im Vorfeld zusammen, eben bei unserer normalen Burgtagung schon ein Jahr bevor die Veranstaltung tatsächlich stattfindet und überlegen uns dann, welche Workshop-Themen könnten interessant sein, welche Referenten könnten wir für die entsprechenden Themen anfragen. Was machen wir als Rahmenprogramm drumherum? Wie wollen wir diese ganze Veranstaltung aufziehen? Also da findet sehr, sehr viel Planung vorab schon statt. Bei einem Barcamp ist das wieder völlig anders, denn da wird das Programm, das gesamte Tagungsprogramm sozusagen, gemeinsam mit allen Teilgebenden vor Ort gemeinsam erstellt. Das klingt kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Wie das nämlich genau funktioniert, komme ich nachher gleich nochmal drauf. Vorher der nächste Aspekt, was eine Konferenz, eine Tagung von einem Barcamp unterscheidet, das sind nämlich die sogenannten Formen, also was findet dort inhaltlich eigentlich statt. Bei einer Tagung dominiert da häufig Input. Es gibt in der Regel irgendwie Workshops oder Vorträge, wo die Inhalte vorbereitet sind und wo es dann ergänzend dazu einen Austausch geben kann. Bei einem Barcamp wiederum kann Input möglich sein, also man kann an einem Barcamp teilnehmen und sagen, ich nehme mal eine Präsentation zu dem Thema XY mit, weil ich weiß, dass ich mich da gerne mit anderen drüber austauschen möchte. Muss aber nicht sein. Also ich muss, wenn ich an einem Barcamp teilnehme, keinerlei Input mitbringen, weil es wirklich vorrangig darum geht, sich mit anderen Teilnehmenden auszutauschen. Dementsprechend schlägt sich das natürlich auch auf die Inhalte nieder. Bei einer Tagung erwartet man inhaltlich immer irgendwas Fertiges und Allgemeines, weil es eben um Antworten geht. Bei einem Barcamp erwartet man hingegen auch Offenes und Konkretes, weil es da eben vorrangig um Fragen geht. Von der grundsätzlichen Atmosphäre unterscheidet sich jetzt unsere Voltigiertagung nicht wirklich von einem Barcamp, denn in beiden Fällen ist tatsächlich das Duzen der Standard und Siezen eher die Ausnahme. Normalerweise ist es ja bei Tagungen, die man jetzt so aus dem beruflichen Kontext kennt oder so, eher so, dass Duzen die Ausnahme ist und vorrangig gesiezt wird. Aber sowohl bei einem Barcamp als auch bei unseren Woldigier-Zirkel-Veranstaltungen generell sind wir da eigentlich immer alle per Du. Und das ist auch ganz schön, weil das unterstützt natürlich auch so ein bisschen die familiäre Atmosphäre. Genau, es gibt dann so ein paar grundlegende Prinzipien hinter dem Format Barcamp, auf das Barcamps setzen. Da geht es zum Beispiel um Selbstverantwortung und Augenhöhe, Austausch und Miteinander, Teilhabe, Inklusion, und Vielfalt, Kreativität und Werkstatt, aber eben auch Ganzheitlichkeit und ja, auch ein bisschen Weltverbesserung. Was aber vielleicht für Euch jetzt noch spannender ist, wenn Ihr selber noch nie an einem Barcamp teilgenommen habt, sind die sogenannten 10 goldenen Barcamp-Regeln. Und die möchte ich an der Stelle auch noch mal kurz erwähnt haben, weil Ihr dann vielleicht einfach schon mal ein bisschen genauer wisst, was Euch erwartet, wenn Ihr Euch mit dem Gedanken tragt, bei der nächsten Online-Burg am 2. Oktober 2021 teilzunehmen. Und zwar lautet die Regel Nummer 1 für gelingende Barcamps, was aus einem Barcamp wird, bestimmen die TeilgeberInnen. Bedeutet also, jeder einzelne Mensch, der bei so einem Barcamp teilnimmt, kann mitgestalten, wie das Barcamp verlaufen wird. Wie er das konkret machen kann, komme ich gleich noch drauf. Regel Nummer 2, es muss keinen Input geben, eine Frage reicht. Das ist das, was ich vorhin auch schon mal erwähnt habe. Also ich muss dort nicht mit einem vorgefertigten Vortrag oder gar irgendeiner hübsch gestalteten PowerPoint-Präsentation antanzen, um dort irgendwie meinen Beitrag zu leisten. Kann ich natürlich machen, muss ich aber nicht. Es reicht genauso auch aus, wenn ich sage, boah, ich habe hier Frage XY und da möchte ich mich gerne mal mit anderen dazu austauschen. So, dann kommen wir auch schon direkt zu Regel Nummer 3. Bei Barcamps wird nämlich mit sogenannten Sessions gearbeitet. Also bei Barcamps gibt es keine Workshops im klassischen Sinne, sondern es finden sogenannte Sessions statt. Also offene Workshops, die eben tatsächlich erst an dem Tag der Barcamp-Veranstaltung festgelegt werden. Und da kommt jetzt Regel Nummer 3 für ein gelingendes Barcamp ins Spiel, nämlich es kann so viele Sessions geben, wie Räume vorhanden sind. Das ist im Online natürlich ganz schön, weil man ja im Prinzip im Netz unendlich viele Räume schaffen kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf unserer Burg in Altleiningen sind, da haben wir, lasst mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube so ungefähr acht Räume zur Verfügung. Und wenn dann in jedem Raum eine Session stattfindet, dann gibt es halt keine Räume mehr und dann kann entsprechend auch nicht noch irgendwo zusätzlichen Raum hergezaubert werden, außer man geht raus oder so. Aber das empfiehlt sich bei unseren Veranstaltungsterminen, die in der Regel irgendwann Anfang, Mitte Februar liegen, meistens nicht so. Von daher ist das wiederum das Coole, wenn so ein Barcamp online stattfindet, dass man da sehr flexibel schauen kann, wie viele Sessions werden vorgeschlagen und man da dann entsprechend Räume zur Verfügung stellt. Und das schließt auch direkt so ein bisschen an die Regel Nummer 4 an, nämlich eine Session kann dann stattfinden, wenn sie mindestens zwei Personen interessiert. Also sobald sich zwei Leute für das vorgeschlagene Thema interessieren, kann die Session in den Sessionplan aufgenommen werden und entsprechend stattfinden. Regel Nummer 5. Eine Person kann mehrere Sessions anbieten. Erfahrungsgemäß hat man im Teilnehmerfeld von so einem Barcamp immer Leute, die sagen, ach, ich schau mal, was es so für Vorschläge gibt und suche mir dann einfach das Passendste für mich raus. Und genauso gibt es aber auch immer wieder Leute, da zähle ich auch so ein bisschen zu kann ich mich an der Stelle mal outen, die in diesem Umfeld, in dieser Atmosphäre total kreativ und neugierig werden und dann da wirklich teilweise auch zwei, drei, vier Sessions anbieten, weil man einfach Bock hat, sich mit anderen Leuten zu den Themen auszutauschen. Und das ist grundsätzlich möglich. Man kann diese Sessions eben nur nicht zeitgleich anbieten. Das ist klar. Also wenn ich von 10 bis 11 Uhr schon eine Session vorgeschlagen habe, die im Sessionplan drinsteht, kann ich im Zeitraum von 10 bis 11 Uhr nicht noch ein zweites Thema vorschlagen, weil es zumindest momentan nach aktuellem Stand der Technik noch keine Möglichkeit gibt, dass man sich irgendwie zerteilt und an zwei Orten parallel aktiv sein kann. Aber es gibt eben durchaus die Möglichkeit, dass man sagt, ich biete eine Session im Zeitraum 10 bis 11 Uhr an und biete dann meinetwegen noch eine zweite Session im Zeitraum 13 bis 14 Uhr an. Das ist definitiv möglich und auch begrüßenswert. Die sechste Regel greift dann in aller Regel nur bei mehrtägigen Barcamp-Veranstaltungen, denn die sechste Regel lautet, verschiebe nichts auf morgen. Manchmal ist es so, gerade wenn man vielleicht noch nicht auf so vielen Barcamps war, noch nicht an so vielen Barcamp-Veranstaltungen teilgenommen hat, man sitzt dann dort in der Planungsphase und denkt sich, oh, ich habe eigentlich schon eine Frage, die mich interessieren würde oder ich habe schon ein Thema, zu dem ich mich gerne mal mit anderen austauschen möchte. Aber ich warte vielleicht erst mal ab, was die anderen so vorschlagen und kann ja im Zweifelsfall meine Idee auch morgen noch anbringen. Und das wird aber definitiv nicht empfohlen, weil meistens ist es dann so, am nächsten Tag gibt es dann schon wieder so viele andere Ideen, so viele andere Session-Vorschläge, dass dann die eigene Idee vielleicht man auch selber am nächsten Tag schon gar nicht mehr im Kopf hat. Und das wäre halt einfach schade, wenn man dann nicht die Gelegenheit an dem Tag, wo einem diese Sache schon im Kopf rumschwirrt, nicht auch einfach ergreift. Von daher verschiebe nichts auf morgen. Regel Nummer 6. Und Regel Nummer 7 lautet, es gibt keine extra Wünsche im Zeitplan. Das heißt, ist eine Session einmal im Sessionplan abgelegt, wird auch nicht mehr großartig hin und her geschoben. Natürlich kann ich, wenn ich eine Session vorschlage, sagen, ich habe beispielsweise nur heute Nachmittag in diesem Zeitslot zwischen 13 und 14 Uhr Zeit, würde gerne dort meine Session anbieten. Dann kann man diese Wünsche natürlich berücksichtigen, sagen, was allerdings nicht möglich ist in aller Regel, weil das einfach zu viel Aufwand bedeutet, ist, wenn es dann einzelne Teilnehmerinnen oder Teilnehmer gibt, die sagen, ich würde gerne die Session zwischen 10 und 11 Uhr besuchen, habe aber im selben Zeitraum noch ein anderes Thema, was mich genauso interessiert und gibt es da nicht die Möglichkeit, eins dieser beiden Themen noch ein bisschen im Zeitplan nach hinten zu schieben. Und wenn man sich da dann einmal drauf einlässt, wird man überhaupt nicht mehr fertig. Von daher gibt es eben diese siebte Regel, keine extra Wünsche im Zeitplan und man muss sich dann halt einfach für ein Thema entscheiden. Regel Nummer 8. Eine Session dauert nicht länger als 45 Minuten. Das kann man ein bisschen abwandeln. Man kann auch sagen, man macht so eine Barcamp-Session 50 Minuten oder 60 Minuten, vielleicht sogar 90 Minuten. Aber da muss man eben immer mit bedenken, je kürzer so eine Session ist und da ist 45 Minuten eigentlich so eine standardübliche Länge, umso mehr verschiedene Themen kann ich mir natürlich an so einem Barcamp-Tag dann auch zu Gemüte führen. 90 Minuten ist halt im Prinzip schon, da kann man in anderen Veranstaltungsformaten halt zwei Themen sich hernehmen und damit beschäftigen, wenn man jetzt sagt, man macht das 90 Minuten lang. Wichtig ist aber auf jeden Fall, egal wie lang man jetzt so eine Session ansetzt, dass man wirklich ganz, ganz strikt nach Ablauf der Zeit auch wirklich sagt, so und jetzt ist hier ein Cut, jetzt machen wir 10 Minuten Pause und dann geht es weiter mit dem nächsten Thema. Weil nur so kann gewährleistet werden, dass eben der Ablauf geschmeidig vonstatten geht und dass wirklich auch alle Beteiligten da das Optimum aus so einer Veranstaltung rausziehen können. Regel Nummer 9 spielt so ein bisschen auf diese Regel, dass es keine Extrawünsche im Zeitplan gibt, an. Denn für das Problem, dass ich mich in einem Zeitslot für mehrere Themen interessiere und mich dann aber für eins entscheiden muss, kommt dann hier die Regel Nummer 9 ins Spiel, weil jede Session wird dokumentiert. Das ist ganz, ganz wichtig bei einem Barcamp. Das erfordert häufig so ein bisschen, ja, freiwilliges Engagement unter den Teilgeberinnen und Teilgebern, weil das einfach wirklich den großen Vorteil bietet, wenn jede Session dokumentiert wird, dass dann eben die Leute, denen es schwer gefallen ist, sich für ein Thema zu entscheiden, im Nachgang an die Veranstaltung noch die Möglichkeit haben, zu sagen, jetzt schaue ich mir mal an, was in den anderen Sessions inhaltlich noch so besprochen wurde, was ich verpasst habe, was ich vielleicht auch nicht verpasst habe, aber eben einfach, um da so ein Gefühl dafür zu bekommen, so einen Überblick darüber zu bekommen, was war denn in den anderen Veranstaltungen so los und inwieweit kann ich mir aus der Dokumentation vielleicht auch noch ein paar Anregungen und Impulse für mich selber mitnehmen. Von daher Session-Dokumentation ganz, ganz wichtiges Thema und Hut ab und Respekt und großes Dankeschön an jeden Einzelnen, der sich da bereit erklärt, sowas dann zu dokumentieren und im Nachgang zur Verfügung zu stellen. So, und dann bin ich auch schon bei Regel Nummer 10 angelangt, Knoten in der Zunge ist auch gelöst und Regel Nummer 10 lautet, es ist okay, eine Session mittendrin zu verlassen und auch neu zu betreten. Also ich habe bei einem Barcamp, das ist ganz schön, weil das halt so ein offenes Format ist, ich habe die Möglichkeit zu sagen, hm, nach einer Viertelstunde merke ich irgendwie das Thema hier in dieser Session, das dreht sich jetzt irgendwie in eine Richtung, die ich so nicht erwartet habe und wo ich das Gefühl habe, das bringt mir jetzt persönlich nicht so viel. Ich würde jetzt lieber nochmal schauen, was in der anderen Session, die gerade parallel stattfindet, so los ist, weil ich einfach die Zeit, die ich hier investiere, optimal für mich nutzen möchte. Und das ist eben bei einem Barcamp durchaus erlaubt und da muss man auch nicht irgendwie mit irgendwelchen Sanktionen oder bösen Blicken rechnen oder irgendwie das Gefühl haben, nee, das ist doch jetzt aber unhöflich, wenn ich hier jetzt einfach rausgehe und in eine andere Sache einfach reinplatze. Nein, das ist einfach wirklich dieses offene, dieser offene Charakter von einem Barcamp, der da wirklich zum Tragen kommt und einfach wirklich dazu beitragen soll, dass jeder Einzelne, der bei so einem Barcamp teilnimmt, wirklich für sich das Optimum rausholen kann. Wie funktioniert jetzt so ein Barcamp ganz konkret? Also wie funktioniert das mit dieser Sessionplanung? Normalerweise ist es eben so, wenn so ein Barcamp im echten Leben normal stattfindet, hat man in der Regel irgendwo einen großen Raum mit einer kleinen Bühne oder eben irgendeine Möglichkeit, wo vorne ein paar Leute mit Mikrofon sich äußern können. Und davor sitzt eben das Plenum mit allen Teilnehmerinnen und alle, die im Plenum sitzen, alle, die in dem Teilnehmerfeld, dem Zuschauerfeld sozusagen drin sitzen, können sich an der Stelle überlegen, habe ich ein Thema, habe ich eine Frage, zu der ich mich gerne mit anderen austauschen möchte. Wenn ja, stellen sich diese Leute dann in eine Schlange an und bekommen dann einen Zettel oder irgendwie eine Moderationskarte, das ist häufig unterschiedlich, auf jeden Fall irgendwas zum Schreiben, wo man das eigene Thema für die eigene Session notieren kann und dann im nächsten Schritt quasi vor auf die Bühne tritt, dort von dem Moderator oder der Moderatorin das Mikrofon überreicht bekommt oder angehalten bekommt. Meistens ist es so, dass man das Mikrofon nur hingehalten bekommt, damit man gar nicht erst in Versuchung gerät, ewig lange irgendwelche Ausführungen zu machen und zu quatschen. Denn so eine Sessionplanung lebt auch einfach davon, dass das relativ schnell und effektiv vonstatten geht. Man möchte ja tatsächlich dann in den Austausch treten und sich nicht drei Stunden lang mit irgendwelchen Themenfindungsgeschichten beschäftigen. Und von daher wird die Session dann eben anhand des Zettels kurz vorgestellt. Da gibt es dann so drei knackige Fragen, die da beantwortet werden. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und wenn das dann erfolgt ist, wird im Zuschauerfeld sozusagen nachgefragt, wer von euch interessiert sich denn für das Thema. Und dann können alle Betroffenen die Hand heben. Und so wird eben geschaut, ob das Thema interessant ist. Ich persönlich habe es jetzt noch nie erlebt, dass jemand ein Thema vorgeschlagen hat, wo gar keine Hände hochgegangen sind. Und ich habe ja auch vorhin bereits erwähnt, dass eine Session bereits dann stattfinden kann, wenn sich mindestens zwei Leute für das Thema interessieren. Also theoretisch kann man auch mit einer Session, für die sich nur ein anderer interessiert, trotzdem stattfinden lassen. Da trifft man sich dann halt auf eine Tasse Kaffee oder ähnliches oder Tee oder keine Ahnung, Limo, eine Tasse Limo und kann sich da entsprechend eben unter vier Augen austauschen. Auch das ist bei einem Barcamp durchaus möglich. Genau. Und wenn dann diese Interessensbekundung quasi stattgefunden hat, dann wird die Session am Sessionplan befestigt, in einem bestimmten Zeitslot, wo wie gesagt der Sessiongeber, also der oder diejenige, die das Thema vorgeschlagen hat, sagen kann, ich würde das gerne in der und der Zeit machen, wird es dann angeheftet und dann ist das quasi festgelegt. Bei einem Online-Barcamp funktioniert das ähnlich, auch wenn man da jetzt natürlich nicht diese echte Bühne und diese echte Pinnwand hat. Aber heutzutage ist ja auch mit digitalen Mitteln und Werkzeugen vieles, vieles möglich. Und da wird der Sessionplan dann eben einfach digital gestaltet. Ihr werdet das dann erleben, wenn ihr euch das nächste Mal für die Veranstaltung anmeldet oder wenn ihr vielleicht am 22. Mai auch schon dabei gewesen seid. Und um diese Sessionplanung eben möglichst kurz und knackig zu halten, gibt es, wie bereits erwähnt, drei einfache Sätze, die man beantwortet, wenn man so eine Session vorschlägt. Satz Nummer eins, wer bin ich eigentlich? Also wie heiße ich? Satz Nummer zwei, was mache ich? In unserem Fall, was habe ich für eine Funktion? Bin ich aktiver Voltigierer? Bin ich Trainer? Bin ich Richter? Wie bin ich sonst mit dem Sport verbandelt? Kurz und knackig, Ausrufezeichen. Und dann der dritte Satz, worum geht es in meiner Session inhaltlich? Also womit möchte ich mich inhaltlich befassen? Und wie wird das Ganze aussehen? Also was für ein Format wird das Ganze haben? Soll es eine Diskussionsrunde werden? Habe ich vielleicht doch einen Input vorbereitet, eine Präsentation mitgebracht? Oder möchte ich wirklich einfach nur eine Frage in den Raum schmeißen und dann eine offene Gesprächsrunde mit den anderen gestalten? Da gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, da irgendwie was vorzuschlagen. Wir hatten im Vorfeld zu unserer Online-Burg-Veranstaltung ja auch eine Umfrage gestartet. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch auch noch, wo wir gefragt haben, welche Themen wären denn für euch im Rahmen von so einer Online-Veranstaltung interessant als Workshop oder ähnliches. Und daraus ist ein sogenanntes Padlet entstanden. Das ist auch im Prinzip eine Online-Pinwand, eine Online-Übersicht über die verschiedenen Themen. Und dieses Padlet haben wir angelegt und werden es auf jeden Fall auch noch für die Folgeveranstaltungen zur Verfügung gestellt lassen. Ich verlinke euch das gerne mal in den Shownotes. Da könnt ihr mal nachlesen, was da bisher schon so für Themen kamen und könnt theoretisch auch gerne schon eigene Themen mit ergänzen, die euch so interessieren würden. Denn das kann bei so einer Session-Planung, wenn es eben den Teilnehmenden schwerfällt, selber auf Ideen zu kommen, durchaus eine kleine Gedankenstütze oder Inspirationshilfe sein. So viel erst mal zum Thema Barcamp. Was ist ein Barcamp generell und wie funktioniert das? Da habe ich jetzt, glaube ich, relativ viel dazu erzählt und viel dazu erklärt. Im Fall von unserer Online-Burg-Premiere hat das Format tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Wir hatten da am Anfang so ein bisschen unsere Bedenken, weil erfahrungsgemäß kennen das Format noch nicht so viele. Wir haben auch zu Beginn des Tages gefragt, wer von euch kann denn mit dem Begriff schon was anfangen? Und das waren irgendwie von den knapp 60 Leuten, die sich da in dem Zoom-Raum befanden, drei Menschen, die da schon mal was davon gehört haben. Der Rest war völlig jungfräulich sozusagen, was dieses Format und diesen Begriff anging. Und trotzdem gab es dann in dieser Sessionplanung wirklich insgesamt zehn Vorschläge für Themen und Sessions, die dann auch so stattgefunden haben. Das heißt, am Nachmittag gab es dann eben zwei solcher Workshop-Session-Runden, jeweils 45 Minuten Länge und dann eine kleine Pause dazwischen. Und dann haben wir tatsächlich um kurz nach halb sechs, glaube ich, am späten Nachmittag den Tagungsabschluss gemacht, haben nochmal ein bisschen zusammengefasst, was ist so passiert, was war gut, was war weniger gut, haben eine Feedback-Runde gemacht etc. pp. Und waren dann um 18 Uhr fertig. Und so ging ein langer, intensiver, aber aus unserer Sicht sehr ertragreicher, erfolgreicher und auch schön von der Atmosphäre her gestalteter Online-Veranstaltungstag zu Ende. Und dementsprechend freuen wir uns schon ganz, ganz sehr auf die weiteren Online-Burg-Veranstaltungen, die eben, wie schon mehrfach erwähnt, einmal dieses Jahr im Herbst folgen werden. Da haben wir dann den nächsten Termin am 2. Oktober 2021. Info gibt es natürlich in den Shownotes. Und für den Zeitraum, in dem unsere eigentliche, echte Burg Altleiningen stattgefunden hätte, unsere Voltigiertagung auf der Burg Altleiningen, wollen wir auch nochmal so eine Online-Burg-Veranstaltung machen, die sich da dann auch über zwei Tage ziehen wird. Und das Ganze wird dann stattfinden am 5. und 6. Februar 2022. Wir freuen uns auf eure Anmeldungen und stehen euch für Rückfragen natürlich jederzeit zur Verfügung. Wendet euch da gerne an die entsprechende E-Mail-Adresse, die ich euch in den Shownotes verlinke. Und informiert euch ansonsten einfach immer mal wieder auf unserer Website www.voltigiercircle.de. Dort findet ihr immer alle aktuellen Informationen. Ja, und damit bin ich jetzt im Prinzip auch schon an dem Punkt angelangt, wo ich mich von euch verabschieden möchte. Und zwar in meine wohlverdiente Babypause. Und zwar werde ich, wie ich, glaube ich, an anderer Stelle schon mal angekündigt habe, tatsächlich jetzt Ende Juni diesen Jahres Mama. Habt das große, große Glück, Mama werden zu dürfen. Und weil ich diese Zeit wirklich intensiv genießen möchte und ich einfach auch noch gar nicht abschätzen kann, wie es dann, wenn unser Baby dann da ist, um meine zeitlichen und energetischen Ressourcen so bestellt sein wird, werde ich mich vorerst ein bisschen aus meiner Voltigier-Zirkel-Arbeit herausnehmen. Das heißt für euch, dass es vorerst zumindest erst mal keine neuen Podcast-Folgen von mir geben wird und auch erst mal keine Artikel in unserer Fachzeitschrift der aktuelle Voltigier-Zirkel. Das sollte ja aber kein großes Problem sein, denn unser aktueller Voltigier-Zirkel ist auch so immer gut gefüllt mit vielen spannenden Artikeln. Und wenn ihr da Lust habt, uns zu unterstützen, wenn ihr selber Ideen, Themenvorschläge habt, wendet euch da auch gerne an uns. Dann könnt ihr auch selber gerne Beiträge einreichen, Artikel einreichen, einsenden oder auch gerne nur Themenvorschläge und Diskussionsanregungen mit uns teilen. Wir veröffentlichen das dann sehr, sehr gerne in unserem Heft und regen damit dann wiederum zum Austausch untereinander an. Und was das Thema Podcasts angeht, habe ich ja in einer der vorangegangenen Episoden euch schon mal einen schönen Überblick über andere Voltigier-Podcasts gegeben, die ihr während der Zeit meiner Babypause natürlich sehr, sehr gern nutzen und anhören könnt. Wo ihr gegebenenfalls nochmal von mir hören oder lesen werdet, ist im Rahmen von unserem Förderpreis Breitensport. Da ist der Einsendeschluss ja wie jedes Jahr der 30. September, so auch dieses Jahr, also bis zum 30. September 2021 könnt ihr beim Förderpreis Breitensport mitmachen und einen Lehrgang mit der lieben Jasmin Gipperich von Perform Your Best gewinnen. Alle Infos dazu findet ihr in der Ausschreibung zum Förderpreis Breitensport im aktuellen Voltigier-Zirkel Ausgabe 1 2021. Wahrscheinlich sehen wir uns außerdem auch am 2. Oktober 2021 zur zweiten Online-Burg. Da kann ich allerdings noch nichts versprechen. Ich habe es mir mit eingeplant, aber ob das Baby dann das auch alles so zulässt, das weiß ich natürlich nicht. Das werden wir dann einfach spontan sehen. Und was Social Media angeht, insbesondere Instagram, da werde ich während meiner Babypause von unserer Beisitzerin aus dem Voltigier-Vorstand Claudia Weller unterstützt. Sie wird euch da gern über alle aktuellen Infos zu unserer Arbeit auf dem Laufenden halten. Tja, und dann bin ich jetzt am Ende angekommen. Möchte euch zum Abschluss alles Gute für den kommenden Sommer und auch Herbst wünschen, in dem Jahr zumindest nach aktuellem Stand doch wieder ein paar kleinere und vielleicht sogar größere Veranstaltungen auf uns warten. Genießt die Zeit, wenn ihr dann endlich wieder gemeinsam trainieren könnt und macht das Beste aus der aktuellen Situation, denkt bitte auch immer dran, euch und eure Pferde nicht zu überfordern. Wir kommen alle aus einer außergewöhnlichen Zeit und da ist es nur normal und natürlich, wenn wir uns alle jetzt auch die nötige Zeit für den Wiedereinstieg nehmen. Also übertreibt es nicht mit eurem Training, bleibt weiterhin alle schön gesund und verletzungsfrei und habt einfach eine ganz tolle Zeit. Ich lasse dann zu gegebener Zeit wieder von mir hören und bis dahin macht's gut. Eure Resi